Hi Leute und willkommen zurück zu Watch Dogs Legion. Wir möchten unseren Penner endlich rekrutieren. Wir haben ja letztes Mal irgendwie die Mission gewonnen. Ist ja auch keine Häuser. Der will auch alles, oder? Was ist denn mit dir? Drohnenrennfahrer. Ja, Parzelfox Lieferdrohne. Antijagd. Der ist mir suspekt, der Typ. So, ähm. Ja, wir gucken mal, wer den... unseren Hacker kriegen. Oh, schick. Ja, doch, schick. So. Gucken wir doch mal. Wo ist unser guter Hangie? Ah, da vorne. Perfekt. Ich will da auch rein. Ich will da auch rein. Verdammt. Was ist das überhaupt? Sit-ins. Ich weiß auch immer, dass das ist. Du solltest dich beeilen. Clan Kelly ist in dem Gebiet gerade ziemlich aktiv. Moin. So, neuer Versuch. Dein Kumpel konnte mir leider nicht retten. Hallo, Champ. Ich fürchte, dass du bald ziemlich Ärger hast. Was meinst du? Clan Kelly verliert nicht gern. Sie wollen dich tot sehen. Wir haben den ersten Mordanschlag verhindert, aber weitere werden folgen. Dann haben wir jetzt genug geredet. Schlagen wir in die Köpfe ein. Dein Enthusiasmus gefällt mir, aber es sind zu viele für dich alleine. Bring dich in Sicherheit und wir werden sie ablenken. Okay. Danke. Wer auch immer ihr seid. Ich schulde euch was. Glaubt uns einfach, dass wir irgendwas... Gegner im Anmarsch. Wow. Oh, das sind keine wirklich schießen. Wow. Übertreib. Was mache ich bloß? Ja, das weiß ich auch nicht, was du lernst. Einige stehe ich hier hinter. Wow. Dann sagen wir dem Boxer Bescheid. Alles okay? Das ist doch kein Boxer, das ist ein Hacker. Das ist ein Hacker. Aber das wird schon. Die Kellys haben diese Stadt wirklich fest im Griff. Das ist kein fairer Kampf. Hey, weißt du was? Du bist genau die Art von Mensch, die der Zack braucht. Komm doch zu uns. Es macht Spaß. Genau das wollte ich hören. Ich bin dabei. Sehr gut. So. Clement Dixon. Den kann ich auch mal direkt benutzen. Ich will wissen... Genau. Ich weiß zwar nicht, warum er Boxer sein soll, aber... Er ist bei mir ein Hacker. So, aber ich mag seine Stimme nicht, hatte ich gesagt. Wir nehmen trotzdem erstmal sie. Und vielleicht kriegen wir nochmal ein paar... Oh, ist das gelb. Euro Logan. Aha. Was ist mit dem Auto gerade passiert? Ah, ja. Schön. So. Dann. Können wir hier was machen? Neue Mission. Ich hätte ja Bock, hier noch ein bisschen die Dinger zu machen. Welches Gebiet haben wir denn schon gut befreit? So, das gehört uns. Hier. Bei unserem Versteck sollten wir mal machen, dass wir die hier nochmal machen. Hier haben wir noch gar nichts. Hier haben wir nichts. Hier haben wir fast was. Ach, hier. Da müssen wir nochmal hin. Holen wir uns mal das zweite Gebiet. Was ist denn mit dir? Weiter gehen, weiter gehen und schubst er mich. Wow. Wird der Sack. So, wir... Was machen wir denn jetzt? Ich muss... Dann in die Gegensatz-Richtung. Oh, nein. Ah, hier. Das Auto ist für mich frei. Ja, falsche Seite eingestiegen. Oh, mein Gott. Nein. Nein. Hier links muss ich hin. Das ist Kato. Okay. Okay. Ich bin weg. Hey, ich hab gesagt, ich bin weg. Tut mir leid. Hey, jetzt kommt ihr zu zweig gegen eine? Ist ja da gemein. Wow. Schöner Unfall. Achso, warte. Haben wir euch doch mal. Ist ja die Bullen auch noch auf dem Hals. Nicht so geil. So, kommst du näher. Boah, ist so unsensinnig hart. So, sorry für den Schnitt. Mir ist das Spiel abgestürzt. Mal wieder. Und wir müssen uns jetzt nochmal neu hier reinarbeiten. Diesmal hoffentlich nicht mehr ganz so viel... ...Kann eigentlich mal sowas machen. Boom. Hast nichts gesehen. So. Gut. Da wir jetzt nicht gesehen wurden, sollte das passen. So, den Arbeiter mal weg. Nicht, dass er irgendwie um Hilfe ruft. Ja. So, das haben wir zu spät gehört. So. Ist auch weg. Oh. Was war das? Was hat mich da gerade beschossen? Okay. Was haben wir denn? Ah, da komme ich nicht ran. Schade. Könnte ich kapern? Na komm schon. Darf ich? Nee. Schade, schade, schade. Da darf ich nicht hin? Hm. Oh nein. Wolle ich nicht deaktivieren. Wird ich kapern? GBB Nachrichten-Drohne. Ja, darf ich. Hey, Nachrichten-Drohne dafür durch, ja? So, wo geht das denn überall dazu? Was ist hier drin? Spinne. Ja, toll. Darf ich nicht. Was? Au. Es wird irgendwie deaktiviert. Nicht geil. So, dann probieren wir jetzt mal mit der Spinne daher zu gehen. Oh nein, nein. Nein. Oh mein Gott. Was? Aber es hat funktioniert, ne? Ja, es hat noch funktioniert. Drohne, Suchen auch in. Einfach Spur ist verschwunden. Spur ist verschwunden. Er hat es zerstört. Ah, ich habe die falschen. Darf ich denn jetzt noch mal das Upgrade kaufen? Ähm, Technik. Hier, dich. 30. Jo, kaufen. So, jetzt kann ich dich auch. Jawohl, kapern. Oh. Ah, schade. Alles witzig. So. Darf ich dich denn auch kapern? Ja, darf ich. Wenn du mich denn kurz lässt. Jetzt. Vielen Dank. Jawohl, ja. So, jetzt habe ich dich gekapert. Ich kann das ja auch nochmal deaktivieren. Von der Seite auch, ne? Ja. So. Kommen wir auf jeden Fall schon mal rein. Wir sind... Wo stehen wir denn? Da sind wir. Auch mal die hinräumen. Aha. Ah, schade. Okay. Aber... Wir sind gut vorangekommen. Glaube ich. Oh, hier ist ja auch ein Eingang. Wenn man da hochklettert. Ja, wahrscheinlich. Ah, das habe ich jetzt noch nicht deaktiviert. Shit. Ähm. Ob ich das denn jetzt deaktiviert? Oder haben sie das wieder aktiviert? Boah, das wäre ja mies. Okay. Probieren wir das nochmal. Die Verdächtige ist entfischt. Einfach weg. So. Mal darüber zu gehen. Fällt auch überhaupt nicht auf, dass euch Leute fehlen. Ich würde weiter suchen. Tadadam. So. Einmal gestört. Einmal plattgemacht. Das ist quasi Notversorgung. Oder. Das einzige, was sie noch schnell machen können. Ob die kaputt gemacht werden. Ah, die haben sich echt wieder deaktiviert. Moment. Wenn ich hier rauf kann. Hier am Rand? Nee. Nein. Ach, Mann. Viel Spaß dabei. Wobei, ich komme auch zu euch. Deaktivieren. 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 Dass ich es wieder aktiviert habe. Schweinerei. Dann holen wir uns das Geld. Oder was rum da drin ist. Wahrscheinlich Geld. Ja. Ja. Tausend. Oh. Warum nicht. Was ist das? Achso. Ich kann ihn ranstellen. Okay. Wie komme ich jetzt weiter hoch? Hier vorne. Aha. Ist sogar offen. Wirst du nicht hier herkommen? Das hat eine Fehlfunktion. Ja, das hat es. So. Weiter rein. Was ist hier los? Ist so eine kaputte Tür. Ach, weißt du was? Hier. Unsichtbar. Düp-dü-dü-dü-dü. Lass die Tür auf. Verdammt. So. Tür auf. Okay. Aber schön, dass ich jetzt auch wieder alles aktivieren und zumachen und alles, damit du es wieder auf den Standard zurücksetzt. Gefällt mir. So interagieren die wenigstens alle ein bisschen. So. Weiter höher. Und weg mit mir. So. Nein, 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 nein. Hm. Wir gehen hier ran. So, Flug. Flug. Wir haben gerade den Feed eines Albion-Gefangenenfluges aufgefangen. Die armen Schweine werden wohl wegen extremer Insubordination außer Landes gebracht. Wieso? Heftig, oder? Warum feuern sie sie nicht einfach? Ich weiß nur, dass diese Leute auf dem Weg zum Umerziehungs-Sommercamp auf den Seychellen sind. Hier, Corner 12. George hat Kontrolle über das Flugzeug. Corner 12, bitte warten. Mit euren Baugdaten scheint etwas nicht zu stimmen. Verstanden. Pan, Pan, Delta 39, Pan. Jemand ist hier in System. Also, diese Gefangenen wurden wegen des Versuchs der Enthüllung von Operationsinformationen an externe Agenten eingesperrt. Whistleblower. Vielleicht wollten sie sogar der ZEG kontaktieren. Zum Glück kannst du das Flugzeug umleiten. Klasse Idee, Becks. Ah, jetzt. Der Monat bleibt nicht fertig. Der Monat ist auf der Post und das Nutzung. Flug wird umgeleitet. Dann fliegen wir. Das Flugzeug sollte in ein paar Stunden landen. Ich habe die Behörden vor Ort kontaktiert, die nicht gerade begeistert von Albion sind. Offenbar halten sie Menschenrechte tatsächlich für Rechte und nicht für juristische Hindernisse. Die Albion-Überläufer sind dort willkommen. Danke, Becks. So, jetzt muss ich aber immer noch her. Oh, wir haben den... Oh, wir haben das Gebiet. Sehr geil. Mission gestartet. Emotionsüberflutung. Okay. Wir haben in Southwark getan, was wir konnten. Und das zahlt sich aus. Wir wurden gerade kontaktiert. Und sie sagt, sie hat Albion's Server gehackt. Ganz schön frech. Und dabei Informationen gefunden, mit denen wir Albion's Operationen vereiteln können. Mal sehen, was sie weiß. Vielen Dank. Ah, hier. Gut. Hätte ich irgendwie... Verraten. Hier. Schieß mal auf deinen eigenen. Scheiße. Ich will nur, dass wir bänden. Okay. Ich möchte es auch nur bänden. Nein. Ja, mach den mal. So, wir sind weg Was passiert hier? Wow, diese random Exposition Okay, gut, wir sind raus Wir haben unsere Punkte, alles was wir wollen Können wir das hier auch eigentlich deaktivieren? Nicht? Das wundert mich ja, dass man das nicht machen kann Oh, nett Kann ich mir hier Sachen kaufen? Ich will Gewehre Was? Warum? Ich habe noch gar nichts mehr gemacht So, wir wollen Das da machen, ne? Genau, Infosionsbefüllung Folgen T Schön Haben wir jetzt eine Ja Bereichsmission, würde ich schon fast sagen Ja, hier soll ich nicht klauen, weil die denn hier sind Wieso hasst ihr mich denn? Was ist denn euer Ernst? Der schickt mir sogar eine Drohne entgegen So, muss ich da rein? Immer noch cool gemacht Ist das euer Ernst? Lasst die Drohne weg So, Bereichsmission Die starten wir aber beim nächsten Mal erst Genau, gucken wir uns beim nächsten Mal alles an Ich bin voll zufrieden Das werden wir mit den anderen Gebieten wahrscheinlich auch noch machen So ein paar kleine Missionen Wir werden dann auch noch ein paar Technikpunkte sammeln Und danach wollen wir uns mal wieder erst an die Hauptmission machen Ich finde es eigentlich ganz cool so Wir werden erstmal hier Und ja, dann bis zum nächsten Mal Ciao